Die Ausgangssituation, bevor wir mit der A&M angefangen haben zu arbeiten, war, dass ich mehr oder weniger alles selber gemacht habe, Social Media, Recruiting, Werbeamte zeigen und das doch relativ viel Zeit frisst, wo ich da auch mehr und weniger Laie bin, wo ich mir da einen starken Partner gesucht habe, der mir da die Arbeit abnimmt und auch da professionelle Anzeige geht. Mein Name ist Mike Straßburg, ich bin Geschäftsführer von Elektrotechnik Straßburg GmbH aus Schweinfurt und wir sind ein Elektro-One-Facts-Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf PV-Anlagen und Smart-Homes. Die Ausgangssituation, bevor wir mit der A&M angefangen haben zu arbeiten, war, dass ich mehr oder weniger alles selber gemacht habe, Social Media, Recruiting, Werbeamte zeigen und das doch relativ viel Zeit frisst, wo ich da auch mehr und weniger Laie bin, wo ich mir da einen starken Partner gesucht habe, der mir da die Arbeit abnimmt und auch da professionell Anzeige geht. Die Zusammenarbeit hat sich so weit verändert oder das Unternehmen macht es relativ kurz, aber man merkt jetzt schon, dass halt qualifizierte Leads reinkommen, sei es jetzt Elektriker zum Beispiel, die wir gesucht haben oder auch Kundenanfragen, hat sich jetzt ein bisschen eingespielt und funktioniert. Das Besondere der Zusammenarbeit ist bis jetzt so diese Nähe. Also ich habe jetzt immer mit meinen Kontaktpersonen, mit denen ich Kontakt haben musste, relativ problemlos, über E-Mail, Telefon. Ich hatte letztens mal so eine kleine Anmerkung zu einer Werbeanzeige. Das hat 20, 30 Minuten gedauert, da habe ich sofort eine Antwort bekommen, werde geändert und eine halbe Stunde später war es geändert. Also schnell und unkompliziert. Also ich würde ja auch einen bis jetzt, Stand jetzt, auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es mir einfach für mich viel Zeit freigeschaufelt hat, mich auch wirklich um wichtigere Sachen vielleicht im Unternehmen zu kümmern. Und bis jetzt bin ich mit der Qualität, die so geliefert wird, zufrieden.